Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge von Diddiddiddidduell! Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist Matthew an meiner linken Seite und Hendrix an meiner rechten Seite. Erstmal Willkommen. So, ich will nicht viel drum herum reden. Wir werden uns heute auf FIFA duellieren. Und zwar bin ich heute mit Babyboy Matthew in einem Team und Alkan ist mit... Hendrix in einem Team. Richtig. So, die Wette ist wie folgt. Falls die Jungs es schaffen, innerhalb von 90 Minuten, also jetzt im Spiel, gegen uns zwei Tore zu schießen. Was waren jetzt vier? Zwei Tore zu schießen. Haben wir verloren. Falls nicht, haben wir gewonnen, logischerweise. Aber ey, merkt euch Leute. Wir sind Anfänger. Das sind Profis. Wir haben... Also Profis, die spielen einmal im Jahr. Ich spiele auch fast immer. Ich spiele überhaupt kein Fußball. Wir spielen gar nichts. Jaaa. Leute, entscheidet selber, ob diese Jungs Amateure sind. Denn wir haben noch ein Video geredet auf Matthews Kanal. Checkt den Link ganz oben in der Infobox. Und ja, ich will nicht lange drum herum reden. Ich würde mal sagen, viel Glück, Jungs. Viel Erfolg. Danke dir, Frodo. Los geht's. Ja, los geht's. Wow, was meinst du da? Wow, perfekt. Komm, spiel, spiel, spiel. Komm. Ich glaub noch nicht, komm. Digga, das einzige was ich kann ist etwas passen. Ich versier jetzt erstmal. Hei Kanz Baden-Württ. Der buchte auch aus wie ein Baby-Bullet. Der Robin auf der rechten Seite. Ouh. Schaff, Mann schaff. Spiel, spielen wir mal rein. Abseits, abseits, abseits. Aaaaah. Geh ein bisschen, gehen schnell. Ja, oha. Was ist das denn? Ey. Komm, komm, schieß. Schieß, schieß. Oh. Oh. Oh! Ja, ja, haut die Räulein! Junge! Nein! Spiel, Spiel! Yeah! Ja! Spiel! Oh, ich hab gelacht! Jawohl, 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 jawohl! Geh rein, geh rein! Spiel, spiel, spiel! Nein! Der Digi! Oh, ja! Okay, okay, ich muss hoch, ich schlafe. Komm, komm, komm! Schieß! 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 Oh mein Gott! Was soll ich machen, Bruder? Egal, egal, ich mach das, ich mach das, ich mach das! Ich schaff das! Oh! Thomas Böhler! Nein! Oh! Haha! Oh! Komm, komm, komm! Jawohl! 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 Zwar bringt es uns die Bruder, aber die töten ihre Moral! Nein! Okay! Ich muss mal einen Tor machen! Komm, Henry, du bist alles! Komm, Henry! Henry! Warum? Warum macht er so was? Hey! Hört aber auf zu freuen! Hört aber auf mit dem dreckigen Falter! Scheiße! 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 Komm! Oh nein! Mach noch eins! Töte ihre Moral! Töte ihre Moral! Ah! Nein! Ich schaff das noch! Ey! Bitte! Bitte, Hendrix! Bitte! Komm! Komm, Gretchen weg! Gretchen weg! Jetzt! Ich schwör's dir, der hat's nicht bewegt! 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 So, Freunde! Da kommen wir auch schon zur Bestrafung! Die Jungs sind sich schon am Ausziehen! Wir sind hier gerade am Hamburger Hauptbahnhof! Die Jungs müssen jetzt nur in Unterhose! Dürfen natürlich Accessoires wie Käppis Mützen anhaben! Müssen mit dem Hoverboard durch den Hauptbahnhof fahren! Und ja, da lassen wir uns mal überraschen! Wie die Leute reagieren werden! Seid ihr bereit? Und ey! Wir haben gerade... Es ist kalt! Es ist kalt! Für diese Bestrafung gibt's Minimum 700.000 Daumen nach oben! Ne, übertreibt nicht! 800.000! Okay, Merv, sag du die letzte Zahl! Ich will keine Like-Zahl sagen, Leute, aber... Ich schwör, ne? Bitte lasst mal einen Daumen nach oben! Ich schwör, damit ich wenigstens weiß, es hat sich gelohnt! Weil sonst... Ihr bist selber, Dinger! Das ist peinlich! Ohne Witz, diese Bestrafung ist schon, Dinger! Ist schon eine Challenge, Dinger an sich! Und die zwei süßen Sweet Boys in Boxershorts noch oben! Los geht's, Dinger! Let's go, Dinger! Ey, die haben irgendwie die gleiche Schunkdose! Pitch einfach mal und schaut mal in die Kamera kurz, Dinger! Yeah! So, das ist leider ausgegangen, kein Akku mehr! Komm! Weißt du, wie du es genau bist? Weißt du, wie du es genau bist? Weißt du, wie du es genau bist? Fass mich an! Sonst liegt dann immer so ein Fortbecker! Ja, das ist das feinlich! Geh mal nicht zu, ich bin da! Ja, ich bin da! Ja, Mann! Der ist chillig drauf! Der ist chillig! Hey! Hey! Mach mal ein Dagi-Bee! Ja! Ich komme schon! Ja! Es geht ab und auf Foggers! Immer ganz gechillt bleiben! Es ist so kalt! Ja! 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 Ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben! Ich friere! Ich friere! Ich friere! Ich kann nicht mehr! Wir haben auf jeden Fall eine FIFA Challenge auch auf Matthews Kanal gedreht! Ja! Unbedingt abchecken! Richtig krass! Und da gibt es auch eine Bestrafung, die eklig war! Auf jeden Fall! Abgehört was zu sagen Jungs! Abonniert unsere Kanäle, Leute! Wir geben uns viel Mühe! Und ja, checkt auch meinen Trendsetter Homeboy auf Instagram ab! Leute, Leute! Ich freue mich gerade so sehr, dass ich eine warme Jacke an habe! Okay, Leute, wie es geht! Okay, Leute! Wir sind raus jetzt! Peace!